Hallo ihr Lieben, ich bin Sandra Rose Fröhlich. Ich bin Diätassistentin, Diabetesberaterin und habe die Ausbildung zur Köchin in Hamburg absolviert. Ich stecke jetzt mit eigener Praxis in Lüneburg. Ich begrüße euch zur ersten Podcast-Folge mit dem Thema das Ernährungsmaß. Viele von euch werden wahrscheinlich sich jetzt wundern, was das Ernährungsmaß ist. Das ist eine Entwicklung von mir und zwar aufgrund der gesamten Fragestellung von vielen Patienten, die ich kennengelernt habe. Egal ob es in der Diabetologie war, in der Kardiologie, im Krankenhaus, in den Arztpraxen. Selbst wenn ich auf irgendeiner Party war, hat man mich gefragt, was ist überhaupt eine Portion? Was ist eine Portion Wurst oder Käse? Was ist die richtige Menge für Schokolade? Was ist die Menge für Kohlenhydrate wie Kartoffelreis, Nudeln, Brot? Oder Sandra, kannst du uns einfach mal sagen, was die Menge für Soßen ist? Aus diesen ganzen Fragen heraus habe ich mir angeguckt, was es gibt. Alle haben dann immer von der Ernährungspyramide geredet, aber die hat keine Antwort auf die Frage gegeben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn es also keine Antwort auf die Fragen gibt, müssen wir gucken, was die Leitlinien sagen, welche Grundinformationen finde ich. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das Ganze ausgerechnet und umgerechnet und habe mir überlegt, Wie kann ich diese Portionsmengen für euch da draußen so einfach darstellen, dass jeder sich auf der einen Seite durch Bilder und Text angesprochen fühlt. Und es ist dann der Name mit dem Ernährungsmaß entstanden, weil es ja eine Portionsmenge von Lebensmitteln ist, also die Ernährung in Portion. Es heißt Rosefröhlich Ernährungsmaß, weil ich es natürlich auch erfunden habe, um auch das Verständnis dazu zu haben, woher es überhaupt kommt. Was kann ich jetzt damit anfangen? Also ihr bekommt mit dem Ernährungsmaß Portionsgrößen, die man mit dem Handteller, mit der Handfläche oder mit der Handschale oder als Prise sozusagen definieren kann. Die Prise wird ja immer definiert mit so zwei Fingern. Wenn ihr Salz in die Hand nehmt, dann eine Prise Salz. Die Portionsmengen können aber auch mit Löffel, Becher, Tasse, also mit einer Kaffeetasse, mit einem Trinkbecher und mit einem Glas oder einem Trinkglas, wie man so schön sagt. Und natürlich auch mit einem Teeglas und mit einem Esslöffel definiert werden. Der Hintergrund ist, dass ich nicht wollte, dass irgendwas groß abgewogen werden muss, sondern dass man Alltagsgegenstände nutzen kann, um eigene Portionsmengen zu definieren. Die eigene Hand habe ich ja auch schon erklärt, kann dafür auch verwendet werden. Im Ernährungsmaß finden sich dann verschiedene Kategorien, die diese Portionsmengen beinhalten. Also eine Kategorie, mit der wir starten, ist die für Kartoffelreis und Nudeln. Hier finden sich die Angaben immer pro Tag oder pro Woche. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, ob ich diese Lebensmittel ja pro Tag verwenden muss, zum Beispiel für warmes Essen, wie bei Kartoffelreis oder Nudeln. Bei Kartoffelreis oder Nudeln habt ihr die Portionsmenge als Handschale und könnt, wenn ihr eure Hand als kleines Schälchen geformten nutzen, dann sagt man immer, dass eine Handschale voll die Menge von einer Portion Kartoffeln zum Beispiel ist. Man würde natürlich nicht Kartoffelreis und Nudeln alleine auf dem Teller essen, sondern in der Regel gibt es ja Gemüse dazu. Bei Gemüse ist es so, das wäre eine nächste Kategorie, dass man die Empfehlung gibt, mindestens zwei bis drei Handschalen voll Gemüse pro Tag zu essen. Und um meinen Teller komplett zu machen, gibt es die Möglichkeit, mehr Gemüse zu essen für alle, die keine tierischen Produkte weiter nutzen möchten. Wer die tierischen Produkte nutzen möchte, wie Fisch, Fleisch, Geflügel, Ei, kann dieses dann zusätzlich machen. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, zwei Eier in der Woche zu essen, zwei bis dreimal Fleisch zu essen, zwei bis dreimal Fisch zu essen und wer möchte, kann noch zwei bis vier Scheiben Wurst auf Schnitt essen. Die Angaben allerdings bei Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei sind nicht pro Tag, sondern hier sind die Mengen pro Woche. Wenn wir uns jetzt die warme Mahlzeit angucken, haben wir schon gesagt, es gibt Kartoffelreis, Nudeln, Gemüse dazu und den Anteil Fisch, Fleisch, Geflügel und Ei. Was wir dann noch brauchen, ist ein bisschen Soße dazu und man kann in der Regel kalte oder warme Soße, je nachdem wie euer Gericht ist, zwischen zwei bis drei Esslöffel Soße wählen. Manchmal, wenn es um Gulasch oder Frikassee geht oder Nudelgerichte, kann man natürlich auch einen vierten Esslöffel Soße dazu nehmen. Die Soße übrigens ist für alle, die in Richtung Gewichtsveränderung einen Wunsch haben, nicht das große Problem, sondern Soße brauchen wir, damit wir Speisen überhaupt schlucken können, weil sie Feuchtigkeit liefern, Geschmack liefern und dafür sorgen, dass der Speisebrei, wenn das Essen gekaut wird, einfach besser zerkleinert wird in der Kombination mit der Soße. Außerdem rutscht es auch besser die Speisehörer runter, was der Grund von Soßen ist. Kommen wir zum Ernährungsmaß zurück. Häufig ist ja die Frage, was kann ich an Haferflocken oder Dinkeflocken oder weiteren Getreidekörnern und Müslis essen. Hier ist es so, dass man pro Tag mindestens einen halben Trinkbecher voll Vollkornflocken, in der Regel ohne Früchte, also es können natürlich Haferflocken zum Beispiel sein oder auch andere Getreideflocken, kann man gerne pro Tag essen. Es ist so, dass mit Getreideflocken jetzt nicht gesüßte Getreideflocken gemeint sind. Wenn wir die Getreideflocken haben, können wir die mit einem Becher Milch mischen. Wir können aber auch einen Trinkbecher voll Joghurt oder Quark nutzen oder auch einen halben Trinkbecher voll Quark und einen halben Trinkbecher voll Joghurt. Das ist so ein bisschen Geschmacksgeschichte, was ihr gerne verwenden wollt. Pro Tag kann dann oder gibt es die Empfehlung, dass man zwei, drei Milchprodukte gerne verwenden kann. Die Milchprodukte sind ja Eiweißlieferanten und gut für das Thema Gewichtsveränderung. Das heißt, da wissen wir, dass es sinnvoll ist, einen höheren Anteil an Eiweiß zu essen, was übrigens bei Untergewichten mit dem Wunsch der Gewichtszunahme auch wichtig ist, weil wir das für die Muskulatur brauchen, das Eiweiß. Wer von euch gerne Käse isst, hat die Möglichkeit, mindestens pro Tag eine Scheibe Käse zu essen. Sollte man Milchprodukte auf irgendeine Weise nicht essen oder nicht vertragen, zum Beispiel das Glas Milch weglassen, weil man es nicht mag, dann gibt es die Möglichkeit, auch eine zweite Scheibe Käse im Austausch für den Eiweißgehalt zu essen. Die nächste Kategorie sind die gesunden Fette. Hier ist es so, dass wir echt, gerade wir in Deutschland einen hohen Bedarf an gesunden Fetten eigentlich haben, der aber gar nicht richtig abgedeckt wird, weil Fett immer so schlecht gemacht wird. Gucken wir uns die südlichen Länder an oder aus der asiatischen Länder wird dort tatsächlich mehr Öl verwendet. Das Speiseöl, zum Beispiel für Deutschland Rapsöl, was ja auch regional ist, gibt es die Empfehlung, dass man ein bis zwei Esslöffel Speiseöl zum Kochen nutzt und in der Regel mindestens ein, manchmal auch noch einen zweiten Esslöffel Speiseöl, sozusagen direkt aus der Flasche in euer Essen. Ganz viele kennen den Esslöffel Öl im Salat, da reden wir ja mal um die richtigen Vitamine aufzunehmen. Das Öl kann aber auch unter die Nudeln oder unter Reis oder unter Kartoffeln oder neben die Kartoffel mit dem Gemüse gemischt werden. Wichtig ist, dass es ein roher Esslöffel, also ein, Entschuldigung, ein Esslöffel Speiseöl roh aus der Flasche ist, weil dort die ungesättigten Fettsäuren drin sind, die für unseren Körper wichtig sind, als auch die wichtigen Vitamine. Da ist, glaube ich, noch ein bisschen Bedarf, also viele trauen sich das auch immer nicht. Der Körperfettanteil, kann ich aus der Praxis sagen, in der Erfahrung mit den Patienten, reduziert sich, weil die Leber gesunde Fette bekommt und an der Stelle nicht so viel ungesunde Fette, sondern ja ein Anteil gesunde Fette und das braucht der Körper auch. Dann, wer möchte, kann Streichfett auf Brot nutzen, gibt es die Empfehlung von zwei bis drei Esslöffeln Streichfett pro Tag, das frei wählbar zwischen Butter und Margarine, ganz wie ihr möchtet. Dann gibt es die Kategorie Brot und Brötchen. Bei Brot ist es so, dass wir in einem, ja in Deutschland, einem Land unterwegs sind, wo auch eine große Auswahl an Voll- und Mehrkornbrot zur Verfügung steht und auch an Vollkornbrötchen. Der Hintergrund der Vollkornbrötchen ist, dass wir einen erhöhten Anteil an Ballaststoffen haben, die für den Sättigungseffekt sinnvoll sind, für das Aufquellen im Magen, was dann auch zu diesem Sättigungseffekt führt. Allerdings sind die Faserstoffe auch wichtig, weil wir dadurch keine Insulinausschüttung kriegen und auch kein Körperfett aufbauen durch die Ballaststoffe. Das ist jetzt gezielt auf die Ballaststoffe hin. Und die Ballaststoffe sind dafür da, dass sie die Darmtätigkeit anregen. Und ganz einfach gesagt, ich muss ja mehr kauen, wenn ich ein Vollkorn- und Mehrkornbrot mit Körnern habe, fängt es ja schon im Mund an. Das heißt, der Verdauungstrakt muss mehr Energie aufwenden, was tatsächlich auch nachher dazu führt, wenn ein höherer Anteil an ungefähr vier bis fünf Scheiben Brot ist, ist die Empfehlung, als auch zwei bis drei oder vier Brötchen. Das wären ja zwei Scheiben Brot morgens, zwei Scheiben abends und eventuell noch eine zwischendurch. Ich persönlich finde, dass es gar nicht so viel ist. Es kommt einem nur so viel vor, weil alle immer von Low-Carb reden. Und bei der Low-Carb-Geschichte ist es so, dass die mittlerweile durch neue Studien gekippt wurde, weil das Herzinfarkt- und Schlaganfallrisiko gestiegen ist durch erhöhte Unterzuckerung, weil nämlich zu wenig Kohlenhydrate dazu führen, dass der Blutzuckerverlauf sehr niedrig werden kann und dann die Gehirnzellen absterben, als auch der Körper auf diese Unterzuckerungssituation reagiert. Leider wurde das irgendwie nicht groß publik gemacht. Ich habe es in der Ärztezeitung gelesen und auch die Studie gelesen, die auch schon über ein, zwei Jahre her ist. Aber ja, so viel dann mal dazu. Also gehen wir auf die gesunden Brot und Brötchen wieder zurück und bauen sie oder baut ihr die einfach gerne ein. Wer gerne Brot essen mag, wir sind an einem Land, wo auch das Brotessen ja eigentlich aus den Traditionen von früher auch da ist. Sicherlich ist es richtig, dass hellere Brotsorten wie Weizenbrot oder helles Toastbrot zu wenig Ballaststoffe, bis gar keine hat und daher einfach der Insolinspiegel schneller ansteigt. Ein Sättigungseffekt ja bei hellen Toastbrotsorten auch nicht so wirklich stattfindet. Aber die Menge macht das Gift. Also mal den Toast, weil ihr unterwegs seid oder irgendwo eingeladen seid und es gerade nichts anderes gibt oder das Baguette beim Grillen ist sicherlich in Ordnung. Aber versucht den Mehrteil der Zeit dann auf Brot und Brötchen überzugehen mit einem höheren Ballaststoffanteil. Ihr dürft dann einen halben bis ungefähr zwei Esslöffel Streichwurst in der Woche, das ist jetzt eine Angabe für die Woche, verwenden. Ob es jetzt Streichkäse oder Streichwurst ist, könnt ihr selber entscheiden. Bei Süßbelag, der kann tatsächlich pro Tag genutzt werden. Das wäre was wie Honig oder Marmelade oder vielleicht auch frischem Fruchtaufstrich. Den kann man ja auch mit zum Beispiel Tiefkühlfrüchten machen. Der ist natürlich nur nicht so süß. Aber wenn ihr jetzt normale Marmelade oder Fruchtaufstrich kauft oder Honig verwendet, dann könnt ihr einen halben Esslöffel pro Tag gerne verwenden. Die weiteren anderthalb Esslöffel können zum Beispiel genutzt werden, um den Quark zu süßen, um eine Quarkschweiße herzustellen. Wenn ich ein bisschen Früchte habe und möchte doch noch ein bisschen Süße da rein, kann ich auch ein bisschen Honig nutzen. Dann gibt es die Kategorie Obst. Bei Obst ist es so, dass wir heute wissen, dass der Fruchtzuckeranteil ein erhöhtes Körperfett machen kann, weil die Leber gerne Fruchtzucker zu Fett umwandelt, also zu Körperfett. Allerdings muss man dazu sagen, ist das nicht bei jedem Stück Obst, sondern das passiert, wenn mehr als zwei bis drei Stücke Obst, also eigentlich mehr als drei, vier Stücke Obst verzehrt werden. Das heißt, ein bis zwei Handschalen voll Obst pro Tag. Das heißt, eine Orange wäre ja ein Stück Obst oder eine Banane oder ein Apfel oder eine Handvoll Erdbeeren, also eine Handschale voll Erdbeeren, wäre die Portionsmenge von Obst. Und pro Tag ist es so, dass man ein bis zwei Stücke Obst oder Handschalen Obst tatsächlich gerne essen kann, ohne dass es die Schwierigkeit mit der Leber und diesem Fruchtzucker gibt. Da gibt es übrigens auch wahnsinnig viele Mythen. An dieser Stelle fällt mir gerade ein, dass es so eine Kampagne 5 am Tag gibt. Die ist leider ein bisschen schief gelaufen, die Kampagne 5 am Tag, weil alle immer denken, fünfmal darf ich am Tag Obst essen. Die Kampagne ist ursprünglich, wenn man sie sich durchliest und sie richtig weitertransportiert wird, ist es zwei Stücke Obst und mindestens drei Handvoll Gemüse pro Tag. Tja, so viel zu all dem, was in der Ernährung los ist. Es häufig sind falsche Informationen über die Jahre weitertransportiert worden. Leider auch noch bis heute. Was ist mit der Lieblingskategorie, in der ich meine, das ist die der Schokolade. Ich bin ja auch Schokoladenesser gerne, esse aber auch gerne Nüsse und ab und zu mal Kekse. Die Kategorie ist gelegentlich pro Woche. Das bedeutet, ihr dürft ein Stück Schokolade, so groß wie der Handteller, gelegentlich in der Woche tatsächlich verzehren. Das wären vielleicht auch zwei, drei Regeln. Man kann so drei, vier Kekse, die auf einen Handteller passen, essen an ungefähr zwei bis drei Tagen in der Woche. Also nicht erschrecken, habt ihr eure Schokolade in euer Müsli drin, weil ihr ein Fertigmüsli kauft, dann ist es so, dass der Anteil Schokolade hier dann mit drin ist. Für alle, die die Schokocreme auf ihrem Brot essen oder Nusscreme, wäre der Anteil Schokolade natürlich dann anzurechnen. Und dann reduziert sich diese Kategorie. Und wer genau guckt, das geht recht zügig. Oder wenn wir ein Stück Kuchen essen, dann haben wir ja manchmal auch Schokolade dabei. Oder jetzt, ich nehme diese Podcast-Folge ja zu einer vorstehenden Weihnachtszeit auf. Da ist ja Schokolade auch gar nicht so weit weg. Oder Ostern natürlich genauso. Eine gesunde Alternative für zwischendurch in der Woche, also was kann ich zwischendurch gerne mal essen, ist, wer es verträgt, die Handvoll Nüsse. Das heißt, frische, ungesalzene, ungesüßte Nüsse sind da herzlich willkommen. Also könnt ihr gerne machen, gesunde Ballaststoffe drin, gesunde Fette. Und hilft auch bei der Gewichtsveränderung, weil die gesunden Fette der Körper einfach braucht. Die Leber freut sich, wenn sie nicht gesättigte Fette, sondern diese ungesättigten Fette aus den Nüssen bekommt. Dann gibt es noch zwei Kategorien. Das ist die Verfeinern. Beim Verfeinern geht es darum, dass ihr auch sowas wie Kräuter einbaut. Mindestens ein bis zwei Esslöffel pro Tag. Zum Beispiel Petersilie hackt und sie nutzt. Oder auch getrocknete Gewürze mit einbaut. Schnittlauch, Thymian, Basilikum. Ihr dürft natürlich auch gerne Zwiebeln mit dazu nehmen, wer sie mag und wer sie verträgt. Und in der Kategorie, und das ist jetzt die letzte im Ernährungsmaß, ist die optionale Kategorie. Hier kann frei gewählt werden, was an Gewürzen verwendet wird, wie Salz und Pfeffer, was ja häufig die Messerspitze oder die Prise ist. Und was ich hier auch mit reingenommen habe, ist dieser Mythos mit dem Zucker. Darf ich jetzt normalen weißen Haushaltszucker oder Rohrohrzucker, wer möchte, verwenden? Ja, dürft ihr. Zur Verfeinerung von Speisen. Ich bin ja Köchin, habe Köchin gelernt und die Ausbildung zur Köchin gemacht und in einem Sternerestaurant in Hamburg gelernt. Ja, natürlich müssen wir ein bisschen Zucker haben, um Speisen geschmacklich anzupassen. Es geht nicht darum, die Halbzeit zu machen, sondern wenn ich was koche und zubereite, dann habe ich immer die Möglichkeit, ein bisschen Zucker zu verwenden. Natürlich kann man auch Honig nehmen, wenn es zum Gericht passt, aber um das Würzen von Speisen und Soßen brauche ich ja immer Salz, Pfeffer, Zucker als Grundnahrungsmittel. Und an dieser Stelle ist es so, dass pro Tag, wer möchte, gerne vier bis fünf Stücke Würfelzucker oder mindestens ein ganzer Esslöffel Streuzucker verwendet werden kann. Häufig ist es so, dass Produkte, die wir kaufen, einen viel, viel höheren Anteil an Zucker, vor allen Dingen auch Fett hat und natürlich auch Salz. Das heißt, alles, was ihr selber herstellt und verwendet einfach Salz, Pfeffer, Zucker, ist immer viel, viel weniger. Auf den Rückseiten vom Ernährungsmaß, also von dem Fächer, findet ihr immer noch Tipps und Tricks zu den jeweiligen Kategorien. Das heißt, der Ernährungsmaßfächer gibt euch einen Eindruck in eine achtsame Ernährung. Ich sage an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, dass ihr die erste Folge Podcast, das Ernährungsmaß, von mir gehört habt. Ich freue mich über eure Rückmeldung bei Bedarf und wünsche euch jetzt einen schönen Tag noch. Bis dann, vielen Dank, tschüss, eure Sandra.